hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge von Wolfenstein die Old Blood. Ja, wir haben das letzte Mal unseren Freund verloren und sind auf der Flucht. Wir mussten uns wieder durchkämpfen. Ich wollte nur die Munition und sie wurden getrunken. Ich hoffe, die Geier sehen mich nicht. Oh nö, dürfen wir wieder irgendeine Signalstärke ausschalten? Shit. Ist es der da vorne oder was ist der? No. Wow. Die sind wieder geistig gestörte Roboter. Also irgendwie will ich hier nicht sein. Keine Ahnung. Es gefällt mir hier nicht. Das war keiner, oder? Na. Ohne. Du kannst mal aufhören, auf deine Waffe rumzufinden. Was muss ich denn ausschalten? Ich muss das Haupttor aufbekommen. Irgendwo gibt es bestimmt eine Kontrolle und wir machen es selber aus dem Stau. Aufhören. Wenn du bist. Wie? Wauw. Wie ist das hier? Wie? Wie ist das? Wie kann mich? Wie war das mit Stealth? Also ich wäre schon bereit in der Seilbahn, wir können los. Nein, Quatsch, wir müssen ja echt. Oh no, really? Oh no, weißt du nicht, dann sind wir es wieder weg. Ja, das ist schon mal. Ja, das ist schon mal. Hör auf, hör auf. Wo ist der andere? Ja, das ist schon mal. Was ist der andere, Mann? Was läuft hier von mir weg? Oh shit. Oh, Baba! Wo ist der? Der ist 10 Meter. Wo ist der? Okay, Ruhe, alles umbringen jetzt. Wo ist der Tote? Haha! Wer? Wo ist der? Wie komme ich denn... Dahin. Oh, es geht. Oh my God! Action! Hier hat man Teurer... Was ist der Tote? Oh... Hä? Ah! Oh, ja. Oh, ja, ja. Oh! Oh, ja! Oh, bla! Der hält viel aus. Warum komme ich da nicht rein? Nein. Es ist so. Es ist so. Es ist so. Er ist fertig. Ich weiß nicht, ob er springt. Ich wollte es aber nicht in Akimbo. Aber sag doch nicht gleich, dass wir von oben rein können. Shit. Wenn der uns jetzt durch die Wand zieht hat auf Wallhack. Eindeutig. War hier nicht nur ein Zettel? Schnapp sie! Schnapp sie! Schnapp sie! Ja! Natürlich! Schnapp sie! Mami! Wie geht es denn in Facken? Kommt! Kommt! He steht überhaupt tot! Hallo, wo kommt ihr denn her? Action! Wir kommen ja von überall! Ich will mit meiner Pfeilbahn fahren. Ich will mit meiner Pfeilbahn fahren! Ich will mit meiner Pfeilbahn fahren! Alle warten in der Lärmbereitschaft! 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 Was? Alle warten in der Lärmbereitschaft! 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 Okay. Das ist leer. Was ist denn? Was ist denn? So, da bist du ja! Ich hab keine Muni mehr. Muni? Oh shit! Was ist denn die denn? Ich würde jetzt gern umgehen, Sternum. Ich verstehe! Ah! Ich verstehe! Ich verstehe! Ich verstehe! Es ist ein schlechtes Ding! Der ist ein schlechtes Ding! Ich verstehe! Ich verstehe! Ich verstehe! Wie komm ich denn da nunter? Hallo? Ich komm hier nur weiter hoch und nicht runter. Ich seh dich jetzt! Ich seh dich jetzt, fragst du. Jetzt seht er mich. Ich glaube, er ist tot. Ich bin mir da nicht sicher, aber ich glaube, er ist tot. So, bevor ich das jetzt hier drücke, es ist ja gerade ein wenig Ruhe. Heilung ist gut, ja, ja, ja. Ich hätte jetzt gerne meine Pistole wieder auf der einen Seite. Und hier hätte ich gerne wieder mein Sturmgewehr. Das ist echt sehr nett. Dramatische Musik. Jetzt haben wir ja auch keine Schüsse hier. Ne, und? Was war das denn gerade für ein Rasenmäher? Was war das denn gerade für ein Rasenmäher? Was war das denn, was ich jetzt hier hier sehe? Ich werde jetzt das kleine Ding ruhig. Raus hier, jetzt doch raus hier. Stopp! Ich mein, hallo neben ihm explodiert so ein Fass, ja und ähm Er, hier Der Seilbahn-Kuh. Der Seilbahn ist die einzige Möglichkeit zur Burg Wolfenstein zu gelangen, was es feindlichen Kräften da jetzt unmöglich mag, die Burg abzustürmen. Holy Macaroni. Verlasse die Höhle. Ja, das ist das. Die immer mit ihrer Signalstärke. Okay. Aber mich würde nicht überraschen, das sage ich dir. Oh, ich meine... Ja, gut ne? Haha, gut ne? Ja, gut. Ja, gut ne? Ja, gut ne? Ja, gut ne? Genau deswegen wollte ich da hin, weil da lag das Gold, ne? Und ich wollte da hin. Gibt's hier keinen anderen Weg? Boah, shit. Ja, gut. Ja, gut. Ja, gut. Ja.